Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen Hallo Susanne Grüezi miteinander Armin, tiefgekürtes Geflügel ist praktisch Man kann es leicht bevorraten Sie ist preislich interessant Und man kann es immer wieder anders Und überraschend zubereiten Richtig und gerade die verschiedenen Schnittarten, die man bei Coop kaufen kann Flügel, Schnätzle, Bröstchen, Schenkel Und so weiter Erleichtert die Arbeit und sind ein grosser Vorteil Und auf was muss man achten beim Zubereiten Vom tiefgekühlten Boulet Am Tag bevor man es braucht Seht man es ausgepackt Auf einem Gitter im Kühlschrank Langsam auftauen Und man muss es wie jedes Kugel Auch immer gut durchbraten Einer Temperatur also 85 Grad Für das sarte Fleisch sind Schonende Grundzubereitungen Empfehlenswert Also poschieren, dünsten oder grillieren Und es eignet sich besonders gut Für geschmacksvolle Gerichte Wie Curry, danke Oder Boulet im Rotwein Das war es für heute In einer Woche machen wir einen Besuch in einer Coop-Bäckerei und schauen was es braucht Bis alle die knusprigen Brote in den Verkaufsstellen ihren Feinduft verbreiten Es wäre schön Wenn Sie dann auch wieder dabei wären Auf Wiedersehen